Erbittebericht! Alle Orte gesichert. Positionen halten. Die Dienstoff-Marke. Wir verliehen in Schaden. Dienstoff. Zwei erwischt. Erledigt. Wir verlieren A. Feind hat A eingenommen. Verbündete Drohne nähert sie. Wir haben noch nicht gewonnen. Outrider neutralisiert. Sichern Alpha. Alle Orte gesichert. Positionen halten. Er ist tot. Wir verlieren Charlie. So wird das gemacht. Bereit machen für die nächste Runde. Reaper ausgeschaltet. Halbzeit. Nehmt die Ziele ein. Drohne nähert sich. Charlie wird gesichert. Charlie ist abgesichert. Feind hat Alpha eingenommen. Vorräte unterwegs. Vorräte unterwegs. Hater eingesetzt. Sichern B. Verbündete Zellen unterwegs. Drohne steht bereit. B gesichert. Strom lädt auf. Drohne zerstört. sichern Alpha. Sichern Alpha. Alle Augen gesichert. Positionen halten. Raps Landeschiff unterwegs. Wir verlieren B. Hater erwartet. Hater erwartet. Wir haben Charlie verloren. Kommando. Erbitte Hater Einsatz. Charlie wird gesichert. Wir verlieren B. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. Wir verlieren Alpha. Reeper erledigt. Alle Orte gesichert. Splittergranate weg. Weg. Ohne bereit für Befehle. Wir verlieren C. Halbzeit. Drohne Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Verbündete Hater unterwegs. Reaper erledigt. Blitzschlag wurden nachgehalten. Unter Licht. Verbündete Konter. Wir verlieren C. Prototyp zerstört. Wir haben Charlie verloren. Charlie wird gesichert. Erledigt. Alle Orte gesichert. Positionen halten. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren den Abschuss. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Wir verlieren Charlie. Reaper Abschuss. Wir verlieren A. Verbündete Hater unterwegs. Wir sehen den Abschuss. Verbündeter Hater unterwegs. Die Runde ist gleich vorbei. Bleibt am Ball. Verbündete Vorräte nähert sich. Wir verlieren A. Reaper erledigt. Feind. Alle Missionsziele erfüllt. Bereit machen für Evakuierung. Das ist die Zukunft bewaffneter Konflikte. Bei den Verbesserungen bestand nie eine Chance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017